Ich habe die Ehre aus Bayern, meine horrible friends. Eigentlich wollte ich hier heute einen Livestream machen, so eine kurze, knackige Stunde. Aber wie auch so oft, naja, geht es halt dann bei mir nicht. Bei einem zusammengeschnittenen Video kann ich ja mal nebenbei Handy oder E-Mail oder was auch immer bei mir kurz reinkommt. Mal kurz stoppen und auf die Seite gehen. Beim Livestream geht es halt eben nicht. Freunde, deswegen die Glocke aktivieren. Ich kann euch leider Gottes einfach keine festen Zeiten bezüglich Livestream bieten. Es geht einfach bei mir momentan nicht. Deswegen einfach die Glocke sowieso aktualisieren. Aktivieren, aktiviert die Glocke. Denn YouTube per se ist sowieso so scheiße bezüglich Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen halt. Also von daher, Glocke aktivieren. Lasst gerne ein Abo da und Like und einen Kommentar. Da hat der Algorithmus sich gepusht fühlt von euch. Und vielen Dank für die Wertschätzung meiner Zeit und meiner Arbeit. Und ich sage jetzt einfach mal, let's fetz rein hier. Ich habe schon ein paar News für euch parat. Heute im Fokus, ja, XSE, Ripple und H-Bar natürlich. Also, let's fetz rein hier. Ja, ich fange mal mit etwas Lustigem an, Leute. Wer ist noch im Club dabei? Habe ich hier getwittert, Hashtag Blogtrainer. Bin ihm wohl zu rational. Also, ich weiß nicht, auf einmal Grüße gehen raus an Daniel, der irgendwas vom Blogtrainer in unsere Telegram-Gruppe gepostet hat. Und ich konnte es mir nicht anschauen, weil da stand dann da, der, die das hat dich blockiert. Und dann habe ich halt nachgefragt. Oh, es war der Blogtrainer. Dann habe ich gleich mal nachgeschaut. Aha, Blogtrainer von niemandem, dem du folgst. Post kann ich nicht aussehen, weil du blockiert worden bist. Keine Ahnung, wieso, Leute. Keine Ahnung. Der Hodler, auch schöne Grüße gehen hier raus. Ist halt nicht kritikfähig, der gute Roman Rea. Aber nur meine persönliche Meinung. Marco hier noch mit einem Clouds-Gesicht und so weiter. Also, sehr viele Kommentare hier auch. Kopf hoch ist da wieder mal jemand, der für andere Meinungen keine große Akzeptanz aufbringt. Dieser Schweizer Protestgeschnatterer würde mir auch auf die Nuss gehen. Naja, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Nick der Fisch, Krypto und mehr. Raymond und so weiter. Also, ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ist ja logisch, jetzt dreht sich alles weiter. War einfach nur lustig, weil, wie gesagt, ich bin nicht gegen meine YouTube-Kollegen und erst gar nicht gegen Blogtrainer. Auch nicht gegen ihre Meinungen und Auffassung. Aber dieses Sektenähnliche, ja, und diese Darstellung allzu oft, Clickbait und FOMO oder FAT halt, das gefällt mir halt nicht. Ich bestärke euch selber auch nicht in euren Träumen oder Gedanken, Leute. Das mache ich nicht. Wie gesagt, ich könnte schon mehr, keine Ahnung, ein paar Tausend Abos mehr haben, wenn ich euch mehr bestärken würde in dem, was ihr fühlt oder denkt über 1, 2 eurer Projekte. Aber das mache ich nicht. Ich bestärke euch nicht. Ich haue euch rational, objektiv, so gut es geht von mir, die verschiedenen News von den verschiedenen Projekten raus. Passe es euch zusammen und schaue objektiv auf die ganze Kacke von oben, schauen uns das Ganze an. Und es gibt natürlich Leute, die halt wirklich nur nach links schauen, wie zum Beispiel der Blogtrainer. Und wenn dann irgendwas Objektives kommt, das in seinen Augen dann anscheinend als Kritik erscheint, dann kann ich leider da hier auch nicht helfen. Okay, also weiter geht's Leute. Und ich bin auch der Meinung, diese Projekte haben ja nicht den Fokus auf die Retail-Investoren. Die schreien aber am lautesten, also meistens. Die Retailer sind meiner Meinung nach nicht meistens, sondern immer die lautesten, die wo hier blärren und schreien und um sich wild hauen, weil der Preis auch nichts macht. Charles Hoskinson betont auch hier, dass viele großartige Leute am Aufbauen des Cardano-Ökosystems arbeiten und fragt, warum einige der Community das Wachstum missbilligen. Also scheißt mal auf den Preis, Leute. Scheißt auf den Preis. Jetzt, was machen die Entwicklungen? Was machen die Entwickler hinter dem jeweiligen Projekt? On-Chain-Daten, Partnerschaften, Entwicklungen. Das Fundamentale, was macht das? Weil der Preis ist sowieso manipuliert und ohne Anwendung und ohne Massenadoption generell bei DLT. Da kannst du auf den Preis noch so warten und um dich schlagen. Da musst du entweder auf den Zyklus warten oder auf irgendeinem Pump-and-Dump-Spiel. Wenn du was Nachhaltiges machen möchtest, dann schau auf die fundamentalen Daten und die Punkte, was ich dir jetzt genannt habe. Also ich verstehe hier Hoskinson perfekt. Hoskinson fordert mehr Fokus auf das Bauen und Zusammenarbeiten, um Millionen in das Ökosystem zu bringen. Und nicht hier wegen dem Preis rummotzen. Hoskinson betont auch, dass die Mission dieselbe bleibt, die Nummer 1 zu werden. Okay, das ist dann typisch Hoskinson wieder. Hier habe ich dann noch geschrieben, ich denke, es gibt diese Kritik, weil die meisten einfach nur auf den Preis fixiert sind und darüber einfach nicht klarkommen, dass der Preis nichts macht. Die Mehrheit kann hier keine zwei Blocks weiterdenken. Haha, Geschenkelklopfer. Ist keinerlei zur Zeit überbewertet? Maybe. Trotzdem glaube ich an das Projekt. Also Jack Daniels überbewertet? Also würde ich nicht mal sagen. Also schau dir das mal an. Vom All-Time-High 2021er Bullrun bis jetzt 92% down. Das ist alles außerüberbewertet. Also von daher, meiner Meinung nach, alles was minus 90, 95% gemacht hat seit dem Bullrun und natürlich noch intakt ist, also fundamental und so weiter, gehört eigentlich ins Portfolio. Ja, aber keine finanzielle Beratung. Also wenn du wirklich nur auf die Kohle und Gains hinaus bist, dann musst du wirklich über, ja, auf solche Projekte, die 90, 95% halt im Minus sind, schauen, dann peu à peu Richtung, ja, wieder hoch anverkaufen. Ja, aber das ist halt eins der vielen Pläne, die du machen kannst logischerweise. Freunde, Freunde, XTC, der nächste Gigant. Hast du kein XTC-Importfolio? Da habe ich hier getwittert. Autsch, das ist, das tut weh. Ihr wisst ganz genau, Freunde, dass XTC sehr stark ihren Fokus auf Handelstransationen gelegt hat mit elektronischer Frachtbriefkonvertierung und Kapitalbereitstellung, ja. Durch diese neue Technik und Möglichkeiten hier, Frachtbriefe und Handelstransationen halt zu digitalisieren oder elektronisieren, geht natürlich auch alles schneller und somit haben kleine und mittelständische Unternehmen vor allem somit mehr Liquidität. Was sehen wir hier auf dem Bild? In einer bahnbrechenden Transaktion wurde ein Papier-Fachtbrief in einen elektronischen umgewandelt und als fraktionierter E-Bill gehandelt, was den Zahlungsfluss für sieben Tage ermöglichte. Dies ist ein bedeutender Schritt zur Förderung des digitalen Handels und der Liquidität in der Handelsbranche. Habe ich euch eh schon mal ein Video darüber gemacht. Hier wurde ja mehrmals getestet und sowas gesendet. Es ist ja ein Pilotprojekt, ja. Und dieses Pilotprojekt von XTC Trade Network in Zusammenarbeit mit Tradeflow Capital Management Rob Hain und Tradefinex zeigt, wie Blockchain-Technologie und E-Bills den grenzüberschreitenden Handel revolutionieren. Revolutionieren, Leute. Mit digitalen Lösungen und 100% Liquidität schließen sie die Handelsfinanzierungslücke und fördern den internationalen Handel. So wird das gemacht, Leute. Und XTC prescht hier wirklich volle Kanne rein in das Thema, dass die bei dieser Nische zumindest zum Beispiel sehr viel abbekommen. Weil ihr wisst genau meine Gedanken, ja. Also kein Projekt wird irgendeine Nische für sich ganz alleine bekommen. Sowas gibt es nicht. So, kommen wir zu CryptoEri. Das hat mich heute beeindruckt. Mit Stand August 2023 ergab eine Chain-Analyse-Studie, dass bisher mehr als 460 Millionen Bitcoin-Volts erstellt wurden. Also das allgemein ist schon mal richtig krass. 460 Millionen Bitcoin-Wallet-Adresses, Leute. Aber dazu kommt gleich mein Kommentar. In der heutigen Flare Network Oktober-Zusammenfassung überschritt die Anzahl der Wallets mit FLR die 400.000er Marke, Leute. Das ist wirklich abnormal. Ja, weil, wie gesagt, Bitcoin gibt es seit 2008 und FLR, keine Ahnung, seit einem Jahr oder nicht mal. Wahnsinn. Und meine Antwort, oder meine, ja, meine Antwort eigentlich, sie müssen die doppelten Adressen noch herausfinden. Wahrscheinlich hat nicht jeder nur eine Adresse pro Person und unsere CryptoEri hat mir auch geantwortet. Was für FLR wahrscheinlich beeindruckender ist, da es viel neuer auf dem Markt ist und im Vergleich zu Bitcoin weniger Zeit zum Verschieben, Öffnen und Hinzufügen mehrere Wallets benötigt. Ja, also, das ist der Grundgedanke hinter dem Ganzen. Also, wirklich beachtlich. Ja, die On-Chain-Daten, sage ich jetzt mal, bezüglich FLR. Ja, und wenn wir schon bei FLR sind, da ist XRP ja nicht so weit weg, ne. Transparent genug für die Kritiker. B.S., sie müssen es nicht machen, Leute. Sie müssen es nicht machen. Als Multimilliardenfirma, die keinen Börsengang noch gehabt hat, müssen sie nicht so transparent sein. Was hat unser Brett hier getwittert? Wie im zweiten Quartal mitgeteilt, sehen unsere XRP-Marktberichte jetzt etwas anders aus als zuvor. Ja, weil die wurden ja angeprangert. Was ist jetzt hier mit den XRP? Ihr seid nichts mehr transparent. Ja, 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 ja. So geht das aber nicht. Ihr seid auf einmal nicht mehr transparent. Wie kleine Kinder, Leute. Wie kleine Kinder. Positiv ist, dass unser Marktteam neue Einblicke in die XRPL-Aktivitäten gibt, die es verfolgt, einschließlich des täglichen Spot- und Dex-Handelsvolumens. Dreifaches Wachstum, quarter of quarter. Genau dieses geht es. Q3 2023, XRP Markets Report vom Oktober 31, 2023. Hier, Crypto Market Summary, also wie wir es eigentlich kennen. Global Regulatory Development, ja, SEC-Stand und so weiter. Und in der Wirbelschreibung findet ihr sowieso diesen Link. XRP, et cetera, et cetera. Viele, ja, ich sag mal, On-Chain-Daten und Daten per se über eine XRP-Ledger und so weiter. Aber was wir, was uns ja bemängelt worden ist, ist ja die Transparenzigkeit bezüglich XRP und Ripples XRP. On-Chain-Activity, also hier sehr schön zu sehen, von Q2 auf Q3, ja, hat sich vieles natürlich wieder ein bisschen gelegt. Hier die Transaktionen von 99 auf 90 runter. XRP ist natürlich somit auch weniger geburnt, logischerweise weniger Transaktionen, weniger Burns. Dex-Volumen hat sich aber richtig, richtig krass verbessert. Von 51 Millionen auf 218 Millionen, Freunde. Also das ist richtig geil. Und hier ganz zum Schluss, hier halt eben, ja, Ripples XRP Holdings. Also hier wird, ja, erwähnt, dass hier von Quartal zu Quartal hier halt die Bestände immer aktualisiert werden. Escrow-Konto, ja, die nächsten 42 Monate kommt aus dem Escrow-Konto halt raus, was rauskommt und wieder rein, was sich der Markt halt nicht, ja, möchte. Und was haben, und was sehen wir hier? Juni 30, Total XRP, gehalten von Ripple 5,5 Milliarden. Im Escrow sind 1,4, also 41,9 Milliarden drinnen. Und jetzt, September 30, hat Ripple nur noch 5,2 Milliarden oder ein paar zerquetschte und im Escrow sind 41,3 Milliarden. Also, Ripple hat hier auf jeden Fall gut ordentlich wieder, ja, verkauft und somit ist logischerweise auch mehr im Umlauf, äh, in den Umlauf gekommen an XRPs. Ja, und die Gerüchteküche, oder was heißt hier Gerüchteküche? Es geht hier um die CBDCs und Ripple, dass sie halt einfach Gespräche mit über einem Dutzend Regierungen zur Entwicklung von Zentralbank und Digital Währungen als CBDCs führen, ja, und sie einfach diese Regierungen überzeugen möchten, dass sie halt ihre CBDCs über, oder unter der Verwendung von Ripples Blockchain-basierter Technologie, diese halt benutzen sollen, also XRPL logischerweise. Mit fünf Regierungen hat man hier ja schon die Zusammenarbeit oder, oder, äh, Projekte, Testprojekte und so weiter gemacht, bezüglich den CBDC-Projekten und auch sehen wir weiterhin, dass, solange, äh, innerhalb Amerika, die SEC ihr Unwesen treibt, wird Ripple ihren Fokus auf die internationalen Märkte planen und, äh, 2023 weltweit 80% seiner Einstellungen außerhalb der USA vornehmen, ist ja auch logisch, da, somit mit 260 Millionen Wallets war Chinas CBDC-Pilotprojekt erfolgreich und Zentralbanken auf der ganzen Welt schreiten in Richtung der Entwicklung von CBDCs. Freunde, es wird kommen, du kannst dich noch so querstellen, wie du möchtest. Während die regulatorischen Situation in den Amerika natürlich, bleibt wie sie ist, expandiert Ripple somit, äh, ja halt außerhalb Amerika, mit Regierungen und traditionellen Finanzinstituten, äh, arbeitet man dann halt zusammen, um die Zukunft von Blockchain und Digitalzahlungen zu gestalten, also Fazit für mich, auf jeden Fall Bullish, wenn du unter die Technologie dieses Ganzen halt investierst, ja, und dann schreibt hier zum Beispiel one of two million oder twenty one million, ja, also Bitcoin, Lightning und so weiter, also wir wissen es, ich sag mal, ein Freigeist, ne, also kein Investor, sondern ein Freigeist, also wenn man Bullish auf CBDCs ist, dann ist man wirklich komplett verblendet, wie kann so eine Technologie Bullish für die Menschheit sein, es bietet keine Vorteile, sondern ausschließlich unglaublich große Risiken, mein Freund, also was habe ich hier getwittert, yes, generell auf CBDC und deine Gedanken, absolut, aber wir können machen, was wir wollen, die kommen, also wieso nicht in die Technologie darunter investieren, es geht weiter, weil das moralisch einfach ne Nullnummer ist, wie kann man sowas denn supporten, nur um seine Bags pumpen zu sehen, also Leute, wir sollten alles dafür geben, CBDCs zu verhindern, abzulehnen und du machst hier exakt das Gegenteil, das ist nicht nur super naiv, sondern echt gefährlich, Freunde, was, was meint ihr, was meint ihr zu diesem Gedanken, ich habe hier geschrieben, das ist hier eben leider kein Wunschkonzert, das ist hier kein Wunschkonzert, Leute, ich stimme wie gesagt mit deinen Gedanken überein, aber das Dingens wird kommen, da können wir uns noch so querstellen, noch so, keine Ahnung, uns wie die Klimakleber auf die Straße kleben, dann nutzt halt die Gewinne aus einem moralisch schlechtem Invest, um dann was Gutes zu tun, ein bisschen die Sache umkehren, geht doch auch, da hat er hier halt noch geschrieben, ja, du hast dein Moral als ganz offiziell für die Gier über Bord geworden und nimmst den Verlust unserer Freiheit für ein ungewisses bisschen Plus im Portfolio ohne Wimper zu zucken in Kauf, du weißt aber nicht auf was du dich da einlässt, als Vater solltest du eigentlich so weitsichtig sein für eine Zukunft einzustehen, in der es sich zu leben lohnt, dich hat das Fiat-System so fest im Griff, mein Lieber, bitte wach auf, das ist nicht mehr gesund, ja Leute, wie gesagt, Freigeist, ein Sektenmitglied, weil wie gesagt, ist das passiert, was solche Sektenmitglieder und Bitcoin-Maxis mit ihrem schönen aber stumpfen Gedanken halt hier um sich wedeln und hoffen und hoffen, dass das Fiat-System einfach kaputt geht und dann alles nur noch im Bitcoin gepriesen wird und gezahlt wird, bis dahin liegen wir alle schon sechs Meter unter der Erde, Leute, also wenn bei mir die Gier mein Hirn gefressen hat, also da fresse ich im Besen, Leute, dann fresse ich tatsächlich im Besen, ich bin absolut Meinung von diesen Sekten, aber ich sehe halt alles rational und nicht in unserer Putter-Rosa-Range mit einer rosa-roten Brille und jetzt ist Bitcoin da und jetzt Bitcoin rettet uns alle, mega geil, jetzt muss nur noch die Politik sich ändern und die Regierungen und dann haben wir es geschafft, kein Krieg mehr und keiner ist mehr arm und alles und jeder ist fröhlich, alles klar, dann lasst uns weitergehen, DTCC ist seit langem meine größte Hoffnung, schreibt hier unser Tom Johnson, Hedera zu nutzen, das ist vor ein paar Wochen rausgekommen. Ich fasse euch diese News zusammen, Freunde, die Depository Trust and Clearing Corporation, also DTCC, eine wichtige Marktinstitution im globalen Finanzsektor, hat bekannt gegeben, dass sie Securancy Inc., einen führenden Entwickler von digitalen Vermögenswerten, übernehmen wird. Die Akquisition soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden und positioniert die DTCC als Vorreiter bei der Verschmelzung bewährter Branchenpraktiken mit modernster digitaler Technologie zur Förderung der weiterreichenden Akzeptanz und Einführung digitaler Vermögenswerte. Die Kombination der Verpflichtung der DTCC zur Marktstabilität mit der Technologie von Securancy soll die Wertschöpfung digitaler Vermögenswerte vorantreiben und die Branche bei ihrer digitalen Transformation unterstützen, die DTCC plant diese Technologie in ihre bestehende Produkte und Dienstleistungen zu integrieren und neue regulierungskonforme Blockchain-Angebote zu entwickeln. Die digitale Asset-Strategie der DTCC sieht darauf ab, die digitale Infrastruktur zu schaffen, um ihre Kernservices in das digitale Vermögenswert-Ökosystem zu erweitern und eine End-to-End-Verarbeitung mit minimalen menschlichen Eingriff zu ermöglichen. Ja und was ist jetzt hier die Verbindung bezüglich HBAR und wenn wir ein wenig zurückblicken, sehen wir, dass Security bereits die einzigartige HCS- und HTS-Dienste von Hedera als Vertrauensschicht für ein früheres Projekt nutzt. Ja und genau diese Security wird jetzt hier von DTCC übernommen. DTCC zum Beispiel 2018 hat man hier 1,7 Milliarden Umsatz gehabt, Leute. Anzahl von Mitarbeitern mehr wie 4.000 und Gesamtvermögen 2018 wohlgemerkt 46 Milliarden und hier möchte man sich halt jetzt nochmal weiter verbreiten. Ich habe es euch jetzt hier zusammengefasst und hier natürlich auch bezüglich Securancy und HBAR. Virtual Power Exchange ein Joint Venture von Boss Controls und Security um sichere erneuerbare Energie auf Abruf auf Hedera bereitzustellen hat man sich hier zusammengetan. Diese benutzen halt dieses HCS und HTS hierzu habe ich euch auf meiner Seite schaut gerne vorbei CryptoAvon also www.cryptoavon2626.de hier unter Cryptopedia Crypto Vorstellung was ist Hedera Hashgraph richtig gute Zusammenfassung wie ich finde schreibt es mir auch gerne in den Kommentaren welche Punkte ich euch welche Projekte oder Begriffe ich euch zusammenfassen soll es soll ja hier für uns alle hier dieses Cryptopedia und meine Seite hier für uns alle so eine Cryptopedia werden um schnell einfach nachzuschauen was ist was da bin ich drauf und dran dass ich da immer wieder was Neues für euch und für mich selber auch zusammen suche und vorstelle und hier HCS wie gesagt dank niedriger fester Gebühren skalierbare Transition und nativer Konsens Zeitstempel fungiert der Hedera Consensus Service als dezentrale Kafka und ermöglicht Multipartei Vertrauen für das Streaming von Daten im Web Maßstab für jede Anwendung ja dezentrales kollieren Netzwerkbrücken Plattformen für Lieferketten und Werbetechnologien DAO Governance und vieles mehr alles mit Hedera Consensus Service realisiert und dann hier die Hedera Token Service was man hier natürlich auch nutzt ermöglicht die Konfiguration Verwaltung und Übertragung von nativen fungiblen und nicht fungiblen Tokens im öffentlichen Hedera Netzwerk also Leute ich bin gespannt was DTCC hier auch durch diese Übernahme von Secureancy auch mit unter anderem mit Hedera natürlich dann schlussendlich vorhat tja Leute an dieser Stelle was seid ihr seid ihr Sektenanführer seid ihr Sektenmitglieder seid ihr Investoren seid ihr Zocker was seid ihr ich für meinen Teil bin ein bisschen alles vom von allem das macht irgendwie auch schlussendlich ein Investor aus oder zumindest ein objektiven rationalen Investor macht es irgendwie aus also ich weiß einfach noch immer nicht wie mir und meiner Familie das helfen soll wenn ich mit einer rosa roten Brille umherlaufe wenn es mir einer sagen kann dann sehr gerne dann höre ich zu ansonsten Freunde weiterhin klug investieren und ich hoffe wir sehen uns auch im nächsten Video und ich hoffe wir sehen uns auch im nächsten Livestream also Glocke aktivieren bis bis euer Aaron I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay I move on each and every day the past is where it stays is what I got is I got